Eieieiei, Ungarn, meine Lieben, 100% Ungarn. Ich habe gute Erinnerungen an Ungarn, aber auch bei Walle beim 50%-GP-Grüße gehen raus am Player. Ich bin im Hype, ne? Ich habe es, glaube ich, in den letzten Videos auch schon gesagt, man sieht es auch am T-Shirt, moin. Motorsport, total geil, habe ich richtig Bock drauf, Mann. Und ich bin froh, dass ich selber tatsächlich auf die Idee gekommen bin, einfach mal zu sagen, Marcel, Force-Feedback hoch und jetzt geht das auch mit der Lenkung besser. So, das schnell runter. Also, wie gesagt, kein Hot-Lap-Video, ich sage es immer wieder, das dient rein dazu, um euch einen Eindruck zu vermitteln, habe ich Lust, diese Strecke 100% zu fahren mit einem vollen Quali, mit BOP, realistischer Leistung halt, ne? Und da könnt ihr euch halt, wie gesagt, einen Eindruck vermitteln, ob euch diese Strecke halt eben zusagt. Ah, das... Ne, da hätte man einen Fünften ohne Mist, ne? Mist. Worüber ich auch glücklich bin, ist das Schalten. Lange habe ich mich gewehrt. Die ersten zwei Wochen, würde ich auch sagen, war das... Ne, oh Mist. War das nicht schön von mir? Aber es geht. Gut, jetzt muss ich ja mal eben eine Runde nochmal eben fahren, ne? Das nützt ja jetzt alles nichts. Ungarn auch das, äh, ich meine das vorletzte Rennen, ne? Ich glaube, hiernach kommt nur noch Belgien und dann ist unsere Season tatsächlich vorbei. Wir haben ja in Italien angefangen. Und ich kann, glaube ich, so viel verraten, dass wir im neuen Spiel direkt reingehen werden. Wobei, wir werden wahrscheinlich am ersten Wochenende... Ich meine, das kommt ja, ich glaube, für... Die Deluxe-Editionen-Besitzer kommt das, glaube ich, Dienstag oder so. Und dann kann man das Freitag sonst erwerben. Dann werden wir, glaube ich, das erste Wochenende... Werden wir natürlich auch, glaube ich, sie bescheuert machen. Gerade, was die neuen Strecken so angeht. Sofern sie dann drin sind. Aber da gehe ich davon aus. Und... Die Woche drauf starten wir dann direkt wieder mit 100%. Oh, das war auch nix! Aber ich glaube, ihr könnt merken, dass die Strecke wirklich... Wirklich nice ist. Ich mag sie. Ich feiere sie. Und ich hoffe... Ah! Ah, nee, das war nix. Das war leider nix. Ich glaube, ich auch im sechsten... Da wäre ich ja eben auch durch, ne? Gut, aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. 100% volles Quali mit allem drum und dran. Die Details stehen sonst im Discord nochmal. Schreibt mich gerne an. Kommentiert das Video. Teilt es gerne. Und dann wollen wir mal gucken... Was wir hier zaubern können. Oh, nee, das war nix. Gut, meine Lieben. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns auf der Rennstrecke oder im Stream. Kuss geht raus. Euer Marcel. Wir sehen uns auf der Rennstrecke oder in 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 der